ARD Text im Auftrag von Funk So... Tschüssu! Oh, die Pferde... Mit blauen Haaren? Wildpferde... Oh, ja, ja, ich... Hmhm... Jetzt ist der Tagima hier... Oh, schön... Immer im Kreis... Hoppa-poppa... Nicht hinfliegen... Oh, das ist... Ja... Ein Rocker auf der Stür... Wie süß... Ja, ja... Äh... Junge... Willst du nicht mal lange hau... Peanut... Ivy... Ich meine... Sie auch hier... Sie... Die frieren offenbar nicht, wa? Ähm... Ich... Sage dazu nichts... Mit nem Kind, äh... Hier... Also... Ach, guck mal wer... John Watson! Du... Das... Ist auch ein interessantes Bild... Hallo... Äh... Sherlock... Ja... Ach ja, die Kerle... Ja... Es ist halt sogar nur ein Zimmer... Es ist immer schwierig... So... Was machen wir denn hier? Übertätigkeit... Was haben wir hier? Rathaus... Als nicht auf Arbeitssuche... Registrieren... Rettungsschwimmer ist ein bisschen blöd... Architekturkarriere... Selbstständig registrieren... Ja... Alles Quatsch... Hm... Politikkarriere, genau... Wir machen das mal... Als nicht... Hippie... Hausmann... Selbstständig... Grabräuber... Antiquitäten-Sammler... Entdecker... Stinkreich... Geschäftsmogu... Unternehmer... Entdecker... Wir machen das mal... Wir sind Antiquitäten-Sammler... Als Decknamen... Und dann klauen wir uns alles zurecht... Grabräuber ist halt... Nee... Grabräuber... Das ist halt wenn du in die Katakomben nur... Bist und halt... Grüfte... Aber es ist ja auch alles... Alles... Alles Antiquitäten... Sei es Schrott oder irgendwie... Oh... So ist Schnee hier... Was ist das denn? Die Armee der Schneemänner oder was? Was ist das denn hier? Gruselig... So... Nicht auf Arbeit suchen... Nicht auf Arbeit suchen... Nicht auf Arbeit suchen... Investiere dich also nicht auf Arbeit suchen... Die Stadt wird dich nicht länger berücksichtigen... Wenn einer der Bewohner... Einer... Mitarbeiter... Einen Mitarbeiter oder Chef benötigt... Du kannst deinen Tätigkeitstitel am Computer ändern... Gemeine... Ach wir müssen da... Hä? Antiquitäten... Achso... Wir arbeiten da tatsächlich... Aber... Wie... Wir verdienen nichts... Das ist... Von 12 bis 12... Ist das sowas wie die Faulen... Aber... Aber... Aber wir sind offenbar... Wir... Äh... Verdienen... Nicht auf Arbeit suchen... Ok... Ja... Ey... Yo... Eine Party... Ich mach eine Party... Äh... Ok... Ich glaube das würde ich nochmal... Das kommt bestimmt nachher... Äh... Wann bist du nicht zur Arbeit erschienen... Oder so... Das wären hier... Schön... Äh... Ach... Guck mal... Hier ist ein Elektro... Elektroroller... Kein Sound... Die Zukunft... Ja... Plankton... Überholt... Emm... Brrrr... Quick... Quick... Oh... Hier... Klaus... Was machst du denn da draus hin...? Das ist eine Party? Äh... assi hausen oder was das ist so typisch die sims aber okay das ist keine party das ist einfach ein treffen sehr lächerlich scheuen so aber bevor wir auf toilette gehen wenn wir mal noch mal die augen ich dachte so irgendwie man ist dann einfach arbeitslos aber das ist dann ja manche sachen sind halt ein bisschen wird wir werden aktivitäten wissen dann muss ja nicht extra registrieren dafür er botten schneemann ja klar ist klar es ist blödsinn gerät ich habe mich da rein geredet so wir waren antiquierten sammler sind es aber auch noch das ist unser ziel kann man hier was klauen ist das denn klaut ist doch eigentlich ja ne leiten zum geburt zahlen herzlichen glückwunsch gratulieren fuji nas ja die partie ist schön die ist einfach ich will jetzt mit klaut hat die schnauze ich sag das immer nichts was ne das den hat er eingeladen diesen alten diesen ekelhaften fettsack der hat nur zwei freunde aber klaut ja eben ne wo ist eigentlich seine naja wir könnten mal kunterbund saiki ist nicht da im schwimmbad ist nicht da aber wie witzig ach ja mensch ich die familie kunterbund spielst du gesetzte schlöcke ihre arbeit spielst du ja mal ich spielst du ja mal nicht ich spielst du ja mal nicht ich spielst du ja mal nicht ja ich hau ab du bist blöd was ist da los ich bin der Otto von der Mars keine ahnung so stell ich mir deine stimme vor ich bin der ich weiß es nicht ja es ist tolle party lass uns tanzen so klar ich mich zu dir das ist alles hier was machst du hier das loch ist das loch ist wieder zugefallen ich denke mal morgen wird der schnee verschwinden zerstören dann kannst du hier essen und was dann passiert sehen wir später ist das so ist das hier so Universität ja genau der studiert einfach Montag 17 Uhr oh ein Star oh ein Star ja die Klappe geht mir auf den ja es war toll toll war es schön dass du gemacht hast ach guck mal mit so einer Karreleiche ja allöchen oh hat sie gerade ein Autogramm für den Klaut ist der nicht Park die verrückte Schauspielerin ist der nicht Park ich kenne dich nicht was willst du oh halt Entschuldigung kennen wir uns von irgendwoher warum verunterhältst du dich nicht ein bisschen ja warte mal nee wir wollen erstmal versuchen uns das zu machen äh Tätigkeit sprechen äh Athletik ey machst du Sport also ich mach Sport und so ich trau nie so oft ey wie der Klaut auch aha ja ja war toll ganz toll oh ist wirklich toll klang gerade nicht so aber äh die Charismen ist ganz wichtig für Schauspieler nicht ey du hast sehr viel davon und ich auch ey kann auch Schauspieler werden nee nee man waa also ich ich bin Cop oder ey also ich kenne Cop und Klaut der ist bei Cop also ich bin hm ich kann ja so sagen ich steh auf Cops ja du 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 ich hab ganz und ganz viel Geld Geld ist ganz wichtig nicht äh nein so siehst du nicht aus ja ich hab gelogen langweilig ok ok äh ich bin im Bass ich hab im Bass gespielt und ich hab Musik gemacht ja glaub mir ne so sieht mich niemand ist das denn für eine boah Logik bisschen interessiert vielleicht für Schaumensen das heißt nicht so die Hellsegurne zu sein nicht ja das schon du bist toll herzende Grunsch Diego hat den Star Janet Polk beeindruckt jetzt können die beiden so Sally Interaktionen austauschen beeindruckt es ist nicht einfach ich in der Stadt einen Namen zu machen aber Diego Ramirez ist der erste Schritt zum Ruhm geglückt schon bald wird man die äh Diego Ramirez kennen dank des unbändigen Wunsch nach Beachtung ist Diego nun kein niemand mehr sondern Ruhmschmarotzer ja das Settel oh ja wir sind Star äh Umwandlung bitten es lag mal einer jawoll so so kann es auch gehen so können wir auch zu Geld kommen also darum ich habe selber wusste das wird passieren also ich kenne meine Sims und ja mit Anfreund natürlich ich meine er ist ja so ein Rocker und vielleicht wird er auch so ein ne bekannter Archäologe Schangabana Tannushka Tannushka abo-ok-naab tunana ebte-kutana auf jeden Fall ulelebatz 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 nicht mehr weil wir jetzt da sind ja ich glaube der mag uns nicht mehr weil wir so schnell kann es gehen wir haben den cloud kennengelernt wir waren beste freunde jetzt sind wir mal ein bisschen hat uns eine star gut gefunden und ja der cloud ist mag uns nicht mehr das ist die realität was machst du eigentlich so bist du sausbilderin sängerin tänzerin komikerin ich bin gesetzliche aha vocaholic ergeilt sich ja na ja nice dann plaudern wir noch ein bisschen und dann werde ich die folge auch schon mal wieder beenden dann war es das für diese woche also ja wir haben der die jäger ist im star geworden es wird morgen frühling der schnee wird dann auch weg sein und wir haben ein paar interessante persönlichkeiten kennengelernt mehr wird kommen ja an freunden mal gucken ob wir das hinkriegen ich bin ein bisschen vor der cloud ist auch egal ob wir hier gerade sind das ist keine party ist einfach nur albert kunter bunt ich bin da was ist jetzt los geht jetzt die party ist los oder was ich weiß ich weiß ich weiß komm rein die party beginnt jetzt erst hä was ist denn für eine party das war ja lang aber ich habe einen star gekauft und jetzt bin ich selbst da war freunds haben wir schon mal zwei freunde das ist auch schön okay wir sehen uns dann nächste woche wieder bei bei so gracias ich Untertitelung des ZDF, 2020